ja 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 willkommn wieder zu einer runde mit raos mit ari hallo hallo wir sind auf den nürniten auch eine der neuen maps die nicht mehr so neu ist aber ich spiele sie jetzt erst hi mit ari, das ist mein zweier map weshalb ich halt ari dazugeholt hab ich Ich hoffe, das ist okay für euch Leute. Bitte hatet mich nicht. Weil ich einen Gast dabei habe. Aber ich habe ganz gutes Equipment. Fast vor dir. Eine Enderperle. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Du kannst mich nirgendwo hin teleportieren. Da habe ich das Gefühl. Die Mitte ist sehr speziell. Die besteht aus kleinen Ringen. Wie so Oktopusringe. Was? Warum vergleichst du das damit? Ich habe Bock auf Oktopusringe. Okay. Lass mich. Okay. Oh, übrigens Leute. Wenn ihr Minecraft Snow sehen wollt, guckt bei Ari vorbei. Wie kommst du von Oktopus? Oktopoden auf Dings. Keine Ahnung. Ich habe auf Twitter immer ein Bild gesehen von Piet. Der einen Oktopoden hält oder sowas. Okay. Ja, und da hätte ich Lust auf Oktopus. Wie jeder weiß, gibt es Oktopus in Minecraft. Hier ist eine Dirchanisch. Oh Gott, ich komme zu dir. Vorsicht, ich bringe Freunde mit. Na ja, der verfolgt dich gar nicht. Was? Der Penner. Hier, ich habe sie da hingeworfen. Ich komme zu dir. Egal, ich komme mal zu dir. Oh, danke. Hallo. Hallo. Na, was macht der da? Ach Mann, so ein Penner. Wenn denn, ja. Ich will weiter in die Mitte. Ja, das war ja nur gesagt. Und die neue Map, ich finde die aber ganz hübsch. Ich finde die attraktiv. Ja? Die macht mich an. Macht dich an? Ja. Das war's. Snow ist aber so ein Bauprojekt, ne? Ich weiß das gar nicht so. Ich verfolge das gar nicht so sehr. Snow ist ein Community-Bauprojekt. Ist das Minecraft-Leben? Tatsächlich so in der Art. Ihr habt also Leben kopiert? Okay. Ja. Ja, ja. Wow, voll eingeblüht. Nein, ist nur Spaß. Für die Community. Ist von mir nur Spaß, Leute. Okay. Nee, das Ding ist, für mich sind solche Projekte immer nicht was. Ich bin zum Beispiel Crafting-Pet. Crafting-Pet. Genau. Ich bin Crafting-Pet, Leute. Ja, ich bin mit dem Crafting-Pet. Der Krasavitsch-Tek-Chapeck. Ähm. Okay. Kappa. Bauen ist nichts für mich. Hey. Ich bin nicht so der Bauer. Wo ist das? Weißt du, das coole ist, das ist Minecraft-Snow. Ich finde es natürlich cool, weil du kannst halt gut reden. Ja. Du kannst gut über Themen reden zum Beispiel. Ich bin übrigens ganz in der Mitte, ne? Alleine. Ich weiß, aber hier ist auch einer. Ich habe mir Rückstoß gemacht. So. Und da kannst du halt gut über Themen reden und so. Das finde ich immer nice. Aber das Ding ist, wenn ich baue, es sieht einfach so unglaublich hässlich immer aus, wenn ich baue. Das ist das, was mich nervt daran. Weißt du, mir geht das genauso. Aber ich habe mir überlegt, ich baue einfach eine Glow. Du bist ein Mädchen. Du kannst bauen. Äh, nein. Echt nicht. Also kann ich wirklich nicht. Warum rennst du eigentlich zu Gegnern alleine? Das ist gerade die Frage, die ich mir auch stelle. Aber ich habe ein Rückstoßschwert. Ich habe ein Rückstoßschwert. Hier wurde ein Parcours gebaut, der unten über Wind war. Oh, ich bin drüber gekommen. Okay. Ja, ich fand den auch lustig, da über die Spinnen wehen da, ne? Oh! Vorsicht, da ist einer, der kann uns mit Schneebellen bewerfen in der Mitte. Ja, ja. Soll er doch machen. Okay. No! Ich habe mich gewettet. Wenn du cool bist, rettest du dich auch. Ich dachte, du bist tot. Nee, warum? Du stürzt mich voll ins Verderben. Als ob ich sterbe, lol. Ich hatte noch eine Enderperle, die hat mich arschgeredet. Okay. Hallo, geh nach Hallo. Ah, es brennt. Au, ich habe das ja angezogen. Das stimmt, das ist ja voll cool. Lol. An habe ich. Hättest du das nicht vorhin machen können? Gommen Mode. Oh, oh. Na, wobei, du bist besser equipped. Die rennt ja auch weg. Ich esse noch einen Goldapfel, ne? Okay. Weißt du warum? Warum? Weil du es kannst? Weil es kann. Sehr schön. Pinner, lol, Pinner. Vorsicht. Really sad, life at all. Really sad, oh. Ich komme zu dir, mein Freund. Oder auch nicht. Vorsicht. Einfach nur Vorsicht. Stopp sehen. Ja. 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 Drei verbleibende Spieler. Zwei, ich lebe nur noch einer. Das Finale. Er ist... Gewonnen. Deutschland. 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 Okay. Ihr werdet es nicht glauben, Leute. Aber wir haben gerade ein nacktes Baby. Ja. Ist das eine Maldreiher-Map? Ja. Hab ich gesoffen? Ja. Ich dachte erst so, ich eben zu Ari so, ist die Map neu? Und sie so, nein. Und ich so, hab ich gesoffen? Jetzt ist es auch noch eine Dreier-Map. Immer mehr Überraschungen an diesem Tag. Ja, so ist das. Ich möchte jetzt da rüber und mir die Truhe snacken. Ah! Meine Hose. Dann hat unser Teamkollege nicht verdient. Ich hab leider nichts. Ach, wird mir ja an deiner Stelle stinken. Doch, ich hab eine Hose. Hast du vielleicht eine Werkbank? Also ich fand die Map davor eigentlich ganz interessant und ganz cool mit den Ringen und so. Ist mal was anderes so ein bisschen. Ich glaub, ich hab noch eine Map, wo es so Ringe gab. Aber... Ja. Ich fand das halt cool gemacht so. Aber es ist schwierig mit Enderpearen sich dann zu retten. Du musst halt irgendwie dann zu Gegnern dich werfen. Weißt du, was ich mein? Ja, ich versteh schon. Was ich gut find, ist, dass es in dem Äußerung... Oh, da haben da überall so silberne... Wie heißen die? Äh... Böse Dinger, die dich runterschübsen können. Ja, ganz viele. Guck mal, wie viele. Silberfischchen! Geh einfach mal rein in die Silberfisch-Armee. Die mögen mich, guck. Oh. Oh, oh. Attacke! Leute, ist dir das egal? Sie nehmen mich nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde angegriffen. Hier unten liegen noch Items. Snell, hol sie dir. Hol sie mir. Ah! Ich halte sie auf, Ari. Ich halte sie auf. Ach, komm. Unser Teamkollege ist auch hier. Hast du dir die Items gesnackt? Ich hab alle Items. Okay. Komm mal hoch. Ich weiß nicht, ob ich was Besseres für dich habe. Ich hab eine Rüstung. Ich glaube, du benötigst welche. Könnte das sein? Ja, ich glaube, du benötigst welche. Ah, hier, warte. Ich hab dir eine Dingzei... Oh, du hast eine D, Hanisch. Der Huren. Hat der nicht gemacht. Pass mal auf. Guck mal hier. Aber ich hab noch was für dich. Schnell hol es dir. Bevor er es holt. Hast du Lava einmal für mich? Äh, nee. Leider nicht. Bisschen anzünden. Ja, Mann. Du Penner. Der Arme. Gib mir die D, Hanisch, wieder. Gib mir die wieder. Gib sie mir wieder. Gib sie mir wieder. Ich lach so, wenn es dann gleich verbrennt, wenn er stirbt. Gib sie mir wieder. Junge, lass es. Dann gib mir die D, Hanisch, wieder. Du Penner. Ich glaube, er mag dich nicht. Gib mir Nachmann, Fick ihn. So. Ich hab so ein Viech gehört. Oh, da kommen Leute, da kommen Leute. Das ist mir egal. Ich meine, Hanisch. Äh, nee, er hat daneben geworfen. Einer ist da oben. Junge, lass es. Oh, oh. TNT, über, 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 über ihm. Vielleicht kriegst du gleich dein D, Hanisch. Nein. Ja. Stört, Mann. Ist das alles, was du willst. Ich will den D, Hanisch, wieder haben. Du Penner. Das ist aber nicht nett. Vorsicht. Gib mir den D, Hanisch. Töt ihn. Ja, lass ihn, lass ihn. Ja, jetzt darf ich ihn. Hey. So. Hey, 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 hey. Ja? Ja? Hey. Nein, bitte. Jetzt wieder. Nein. Nein, nein. Nein, das tust du nicht. Hey. Oh, nein, nein. 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 Meine Enderpelle kam noch an, aber nein. Oh, er war genauso am Rad, dass ich wieder runtergefallen bin. Das ist Karma. Oh. Das ist richtig sad, Alter. Das ist richtig sad. Das ist nicht lustig. Kannst du die Runde wenigstens noch zu Ende spielen? Ich hab so viel Spaß. Okay. Wie er echt im Endeffekt die D, Hanisch von meiner Nase gesnackt hat. Ja, das war schon mies, ne? Aber im Endeffekt sind wir alle ein Team. Nein. Meine D, Hanisch. Ich hab ihn nicht geteamt, er wurde von einem anderen getötet. Ja, wurde er. Ich hab ihn nur geschwächt. Ja, das nennt man Teamarbeit, da hast du recht. Teamarbeit. So, wer lebt denn noch? Drei Spieler sind's nur noch. So, warte mal kurz. Ich nehm mir zwei Jinder an. Ah, nee, warte, das mach ich gleich erst. Es sind nur noch zwei Leute. Der eine guckt ihn da an, ganz begeistert. Hast du noch eine Enderpelle? Ja, hab ich. Super. Na, die kämpfen gleich. Oh, nee, die sind zu einem Team. Oh, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Wobei... Zeig aber nicht, dass du eine Enderpelle hast. Nee, will ich nicht. Ich dachte, vielleicht kommt einer her oder sowas. Ja, ja, ja. So, anscheinend nicht. Ich tausche, glaube ich, Items gerade so ein bisschen. Ja? Na, shit, vorbei. Okay, der eine kommt nach der Arena-Boss nicht hoch. Der Schlimme ist eigentlich der mit der Full-Dia-Sachen, glaube ich. Ja. Fast voll. Das Problem ist, das bringt mir beides jetzt nicht. Also, meine Anger hast du nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Ha, ja. Willst du nochmal einen zurückrennen sonst? Oh, lol. Einer ist runtergefallen. Der andere kommt. Wow. Soll ich noch? Das ist eine Enderpelle. Renn weg. Ich bin tot. Karma. 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 Ach, Mann. Lass mich mal die Runde am Ultralustig, Mann. Ja, irgendwie schon. So, das war Sky Wars. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt gerne bei mir vorbei. Guckt gerne bei mir vorbei. Bei Ari auch. Die macht Snow. Und wir machen demnächst Varro. Nice. Und wir sind bei Friendly Fire. Nice. Friendly Fire. Friendly Fire. Dritter, Zweifter. Die Runde war sehr cool und stumpf irgendwie. Und denkt an Karma. Karma. Seid immer nett zu den anderen, sonst erwischt euch auch das Karma von hinten. Und wenn ihr keinen Daumen hoch da lässt, werdet ihr auch vom Karma verfolgt. Nein. Okay, das war auch nur ein Joke. Bitte denkt nach. Nein.